Willkommen zurück! Heute schauen wir uns mal richtige geheime Helden in Crusader Kings 3 an, die ihr wahrscheinlich noch nie überhaupt wahrgenommen habt, weil sie ganz besondere Bedingungen erfüllt haben müssen, um sie zu spielen oder weil sie so klein und in Anführungszeichen unbedeutend sind, obwohl sie historisch gesehen eine riesige Bedeutung haben oder weil sie einfach als Easter Egg eingeführt worden sind. Also haltet euch fest und beginnen wir direkt mal mit Person Nummer 1. Für unseren ersten Helden, der auch historische Bewandtnis hat, müssen wir 1066 starten und uns auf die selbstgewählten Herrscher beziehen. Denn wir können diesen einen Charakter gar nicht spielen, wenn ihr hier in irgendeiner Form startet, sondern dieser Charakter kann nur gespielt werden, wenn ihr nicht im Iron Man Mode seid und ihm dann Land gibt. Es wird mehrere Charaktere betreffen hier, das ist nun mal einfach so, weil sie halt über spezielle Mechaniken hineinkommen. Aber es gibt mit diesem Charakter auch als einzigen von denen, die ich euch vorstelle, einen direkt mit ihm verbundenen Erfolg. Und zwar gehen wir dafür nach Kastidien und da finden wir in dem Hof vom kastidischen König, König Sancho im Zweiten, einen einzigen Charakter, der einfach unter den Hüftlingen aufgelistet ist, der eine große Bewandtnis hat und auch zu einem spanischen Nationalhelden, was auch viel später, aufgestiegen ist. Rodrigo de Vivar, der bekannt ist als El Cid oder El Said, also mein Herr, wie er dann benannt worden ist. Und er hat halt diesen Beinamen noch Campeador, der bei der Reconquista eine große Rolle gespielt haben soll und deswegen ein ganz besonderer Charakter ist. Und ihr seht auch schon, der kann sich durchaus sehen lassen. Dieser Typ kommt mit massiven Stats, mit 23 Jahren, 23 Kampfgeschichte, 27 Kriegsführung. Er ist schon ein berühmter Streiter, hat flexible Anführer, aggressive Angreifer, Experte für offenes Gelände, Stratege und ist ein Galant. Also eine absolute Kampfmaschine mit den guten Traits, fleißig, tapfer und treuherzig, was okay ist. Diesen Charakter könnt ihr jetzt nutzen, um einen Erfolg zu bekommen. Um den Erfolg mit El Cid zu erhalten, könnt ihr nicht selber spielen, sondern müsst ihn lediglich in eure Familie hineinbringen. Dafür braucht ihr einfach eine Dame, die ihn heiratet, die also den El Cid ehelicht und damit ihm Kinder bekommt. Wichtig ist natürlich, dass diese Dame matrilinear mit ihm verheiratet wird, was aber kein Problem wird, da er eben an eurem Hof ist, könnt ihr das jederzeit machen. Habt ihr also eine Tochter, jetzt zum Beispiel einen König von Kastilien, dann könntet ihr diese Tochter direkt mit ihm ehelichen und hättet eine Möglichkeit, einen matrilinearer Hochzeit zu machen. Da hat er gar keine Wahl. Und diese Kinder müssen dann eben herrschen. Und das führt dazu, dass ihr einen Erfolg bekommen könnt. Dieser Erfolg ist relativ cool. Ihr habt da einige Möglichkeiten, euch in Spanien auszutoben. Und ihr könnt natürlich auch anfangen, womit ihr wollt. Ihr müsst halt nur eine Dame, also ein Kind oder halt eine erwachsene Frau haben, die eben El Cid ehelicht. Da bringt man zum Beispiel Zamora. Da gibt es nämlich die Infantin Oraca Fernandes von Kastilien, die eine inzestuöse Ehe mit einem ihrer Brüder hat und deswegen auch nochmal selber eine sehr besondere Person ist, die man dafür nutzen kann, um El Cid zu ehelichen und dann vielleicht nur ein Kind oder zwei oder drei zu zeugen und damit den Erfolg anzugehen. Und eure Aufgabe ist dann relativ einfach, oder kommt darauf an, wie gut ihr dabei seid. Es ist einfach oder schwer. Es geht natürlich ein bisschen um die Rekonquista, denn ihr sollt Valencia gründen. Und nicht nur Valencia, das Herzogtum hier unten, sondern das ganze Königreich Valencia. Und ihr seht, da gehört eben Mallorca zu und eben das Herzogtum Valencia und Mocia, was eben eine sehr coole Herausforderung ist, gerade wenn man vielleicht noch am Anfang ist. Man kann dann natürlich, wenn man diesen Erfolg hat, auch noch ganz Iberien erobern und hat mit einem doch recht historisch prägnanten Charakter, der sehr spät, sehr große Bedeutung in Spanien erlangt hat, eine richtig coole Rekonquista nachspielen, um eben einen netten Start in Crusader Kings 3 zu haben. Und wenn ihr darauf keinen Bock habt und einfach sagt, ich möchte den Typen einfach selber spielen. Relativ einfach, ihr geht einfach auf eure Höflinge, sucht euch den guten alten El Cid, könnt sagen, Titel vergeben, könnt ihr ja die zwei Titel hier zum Beispiel unten geben und könnt dann beim Nicht-Iron-Man-Modus, das ist ganz wichtig, hier auf Charakter wechseln drücken und könnt euch dann selber mit El Cid auf die Reise machen und vielleicht Spanien erobern oder sonst irgendetwas und die bitte Anna Klomaten anziehen, das sieht erschrecklich aus und damit eine richtig coole Rekonquista halt auch selber designen, ohne dass ihr den Erfolg angehen müsst. Tja, und wenn wir dann zum nächsten Charakter kommen, dann kann ich euch schon mal sagen, wenn ihr dachtet, der eine war schon speziell interessant, dann wartet mal ab, was der hier zu bieten hat, denn der ist komplett wahnsinnig, denn ihr habt hier einen ganz, ganz, ganz besonderen Trade, den nur er hat und auch eine ganz besondere Eigenschaft, die nur er hat, was das zu einem extrem starken, lustigen Charakter macht. Wichtig ist auch bei dem, den könnt ihr nicht direkt spielen, den müsst ihr erstmal Land geben, also kein Iron-Man-Modus, nur dass er da schon mal Bescheid ist. Diesmal gehen wir nach England und werden uns bei 1066 wieder hier einen Grafen aussuchen und dieser Graf hat einen ganz besonderen Höfling in seinem Hof und dieser Höfling ist ja, ich sag mal, relativ speziell, denn Ivan, der vertrauenswürdige Corvik Croft, ist ein ganz, ganz spezieller Charakter, der ziemlich viele Bürden hat, sagen wir mal, denn er ist ein Trunkenbold, kraftlos, ein Schwachkopf, schwach, einäugig, einbeinig und verstümmelt. Er hat also das komplette Horror-Paket, mit 27 Jahren seht ihr schon, er sollte eigentlich so gut wie sterben, aber ihr seht auch, die Gesundheit ist noch in Ordnung, denn Ivan hat einen ganz besonderen Trade, weil er eben ein Easter Egg Charakter ist, der nach einem Entwickler von eben den Machern von Crusader Kings 3, nachempfunden ist und deswegen hat er einen Gesundheitsstatus, der höher ist als alle anderen Charaktere in Crusader Kings 3. Denn es gibt immer einen Gesundheitsstatus, dass die Charaktere verschieden lang potenzielles Leben gibt. Absolut fast ein bisschen bestätigten Gerüchten zufolge hat Ivan diese unglaubliche Lebenskraft von einem magischen Trunk und dieser Trunk soll wohl eine tolle Alternative zu anderen Getränken darstellen, da keine Zucker und irgendwelche anderen Bullshit drin ist und es von einem Startup-Unternehmen aus Berlin stammt. Was kann das bloß sein? Ach ja, natürlich, Holy. Ha ha ha, are you serious? Denn ihr könnt Holy jetzt mit meinem Code OMNI5 bei der ersten Bestellung für 5 Euro günstiger erhalten. Nur dann, wenn ihr das tut, kriege ich eine kleine Provision dafür. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Außerdem habt ihr ein sehr leckeres Getränk. Ich kann euch nur die Teesuchten empfehlen, aber auch einige Energy Drinks wie der Raspberry Raptor sind einfach absolut klasse. Da Geschmäcker aber verschieden sind, holt euch am besten einfach ein Starter Kit, ob jetzt Tee, Hydration oder das Gesamtpaket und probiert selber aus, was eure Favorites sind. Mit 10% Rabatt könnt ihr auch mit dem Code OMNI noch immer nachbestellen, wenn ihr noch irgendwas Bock bekommen habt. Vielen Dank für die Unterstützung. Aber ob die Gerüchte wahr sind, dass Ivans Lebenskraft daherkommt, werden wir wohl niemals bestätigen. Von daher gehen wir direkt wieder ins Video zurück. Dieser Gesundheitsstatus ist bei meinen Streams natürlich immer 0, also die sterben immer direkt. Ist zum Beispiel bei Häschen aber sehr, sehr hoch. Ihr kennt ja auch Häschen hoffentlich. Auch ein ganz besonderer Charakter, den man in 867 spielen kann. Aber Ivans Health oder Gesundheitsstatus ist noch deutlich höher und niemand kommt an ihn heran. Das heißt, dieser Charakter kann ein sehr langes, trotzdem Gicht und, naja, nicht Gicht, aber zumindest mit verschiedenen Attributen geplagtes Leben führen. Und das würde ich auch gerne mal als Video vorbereiten. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare, haut ein Like raus. Dann schauen wir mal, was wir da mit ganzen Kulturtraditionen und sonst irgendwelchen Gimmicks, damit wir das Leben verlängern können, erreichen können. Vielleicht schaffen wir es sogar, einen nahezu unsterblichen Charakter zu erstellen aus unserem guten Ivan hier. Unser nächster Charakter führt uns wieder ins Historische. Und was für eine Historik er hat. Ein absolutes Monster, wenn es darum geht, was die Dynastie von ihm geleistet hat. Und dafür müssen wir natürlich, das könnt ihr euch schon fast denken, ins Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Da verbergen sich ja einige. Wir haben ja zum Beispiel hier in Aargau, haben wir ja unten unseren guten Welfen gespielt. Das könnt ihr auf dem Stream natürlich über zwei Kanäle nachschauen. Aber diesmal geht es um den Zollert. Und der befindet sich hier bei Baden. Und da seht ihr unten einmal den Grafen von Zollern. Dieser Graf, Graf Friedrich von Zollern, ist ein einzigartiger Charakter. Deswegen, weil er das einzige Mitglied seiner Dynastie hier mitten in Deutschland oder im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ist, mit nur einer lächerlichen Grafschaft direkt unter dem Bruder von Schwaben und eben den Hohenzollern angehört. Und die Geschichte, die interessiert unter euch, wissen natürlich, die Hohenzollern sind ein extrem starkes Geschlecht oder haben eine unglaubliche Geschichte hinter sich und stellen verschiedenste Könige, die verschiedenste Königreiche beherrscht haben. Das so wichtigste Reich, das eben die Hohenzoller beherrscht haben, war das Preußische Königreich und später auch das Deutsche Kaiserreich 1871 gegründet. Und damit eben ein Familienmitglied einer Familie, die ein gigantisches Potenzial aufweist. Was man eben cooles machen kann, man kann ja sagen, man könnte die Grenzen von dem Preußischen Reich wiederherstellen, müsste sich dann auch Richtung Pommern hier oben bewegen, müsste Berlin Brandenburg einnehmen und verschiedene andere Gebiete, wie jetzt zum Beispiel die Lothringische Gebiete und dann soll ich das Reich nachempfinden oder das Deutsche Reich von 1871 nachempfinden, wo wir noch einige Gebiete mehr erobern müssten, um so eben in seine Fußstapfen oder in seine, sag ich eher, ja, Nachfahrenfußstapfen zu treten und somit ein richtig interessantes Spiel anzugehen. Da er eben auch ganz alleine ist, mit einer Grafschaft, ohne irgendwelche Ansprüche und nur alleine, ohne irgendwelche Eltern oder sonst irgendetwas, bietet er eben auch eine super Herausforderung, auch für Spieler, die schon ein bisschen was gespielt haben, aber die vielleicht noch nicht absolute Profis sind und eben mit einem Grafen eine schöne Herausforderung haben wollen und sich ein tolles Roleplay-Setting oder einfach ein tolles Ziel zu setzen. Tja, und für den nächsten Charakter gehen wir wieder mal in das Gebiet, was ich eigentlich fast in jedem Video erwähnen will oder was ich auch schon in dem tollen Praise des Zoonismus-Video erwähnt habe. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, ein Like und so weiter da lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Und zwar gehen wir wieder mal in diesen persisch-baktischen Bereich und es geht schon wieder um diesen Zoonismus, denn wenn ihr nicht so wie ich mit diesem Video eben das schwer über bestimmte Tricks und Kniffe wiederherstellen wollt, diese Religion, die schon lange ausgestorben ist, gibt es hier einen Charakter, der geheimnisturisch oder als geheime Religion diese Religion ausübt. Und das weiß man natürlich nicht, weil hier sieht man nicht, welche geheimen Religionen die haben. Und zwar finden wir diese Person hier unten als diese zwei Grafschaften beherrschend, nämlich die Familie Zoonbil. Wenn man ein bisschen drüber nachhängt, könnte man sogar denken, ah ja, zum Bild ergibt irgendwo Sinn. Und diese Person hat als geheimen Glauben eben den Zoonismus. 1867 sind wir da im Start und schauen uns das direkt mal an. Und ich denke, die Mechanik ist auch kaum jemandem bekannt, aber ihr habt jetzt diesen Charakter hier. Wie gesagt, man sieht das von außen nicht. Wenn man den Charakter aber anklickt und sich die Familie anschaut, dann sieht man direkt schon mal, wenn wir auf diese Dynastie gehen, hier diesen Stammbaum, da erkennt man schon mal die Personen, die über ihnen sind. Das habe ich eben gesehen, als ich das Bactrian-Playful gemacht habe. Die sind nicht schon zoonistisch. Das heißt, die haben den Zoonismus geprägt und eben auch gegründet. Das heißt, wir haben ganz hinten den Schaf von Sistern und Bill zum Beispiel, der auch den Zoonismus angehört. Und diese Familie ist eben Grundstein für diesen Glauben. Und wenn ihr jetzt eben diesen Glauben annehmen wollt, wenn ihr einen geheimen Glauben habt, dann geht ihr auf Entscheidungen und könnt ihr unten zwei Optionen finden. Den einen, der nicht gut ist, nämlich geheimen Glauben aufgeben. Das heißt, ihr schmeißt den weg. Könnt dann nicht mehr erpresst werden. Deswegen auch viel wichtiger, den wahren Glauben offenbaren. Das braucht ihr einfach nur 250 Frömmigkeit für und könnt dann zu diesem Glauben konvertieren. Und hier wäre das eben der Zoonismus. Man könnte damit eine tote Religion, die normalerweise 900.000 Frömmigkeit kostet, wieder zum Leben erwecken. 900.000 schwanken immer so ein bisschen. Und wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie man das ohne diese Person hier annimmt, könnt ihr es ja gerne mal nachschauen. Aber das ist halt absolut krass, denn ihr könnt eben historisch geprägt oder einigermaßen historisch geprägt diesen Charakter direkt diesen toten Glauben annehmen lassen und dann eben versuchen, Bakterien zu gründen oder eher hier die Kabulistan zu gründen und die heiligen Städte des Zoonismus wieder einzunehmen, die sich halt in verschiedenen Bereichen von Persien und auch im indischen Bereich hier im Punjab befinden. Diese Mechanik kann man häufiger nutzen mit dem Geheimglauben. Deswegen nehmen wir direkt mal den nächsten Charakter, der auch einen interessanten Geheimglauben bietet, der eben durch das DLC Persien nochmal besonders vorgehoben wurde, besondere Entscheidungen bietet, besondere Erfolge bietet, die ihr durchführen könnt und dadurch eben sehr, sehr spannend ist. Und dazu gehen wir natürlich dann auch eben wieder in den persischen Bereich, aber ein bisschen mehr Richtung Abbasid und Kaiserreich von Byzanz. Nämlich hier oben, da finden wir nämlich den Scheich Rostam. Und dieser Scheich Rostam hat auch einen geheimen zoroastristischen Glauben. Ihr seht bei diesem Charakter eben wieder, wir haben einen geheimen Glauben und wir können den wahren Glauben offenbaren. Dieser wahre Glaube wird diesmal ein zoroastristischer Glaube sein. Extrem seltene Glaubensarten, die eben im DLC von Persien nochmal besonders gebufft worden sind und dadurch eben ganz neue Möglichkeiten bilden. Und dadurch könnt ihr mit diesem Charakter einige coole Erfolge und Entscheidungen durchbringen. Ihr könnt nämlich zum Beispiel im Intermezzo hier in Persien das persische Reich wieder aufleben lassen mit zoroastristischem Glauben, was einen Erfolg darstellt. Ihr könnt aber auch Darius Rache angehen, wo ihr das Königreich von Thessaloniki und Hellas halten müsst und das Empire, also das Großreich von Persien. Das ist auch ein ganz cooler Erfolg und es gibt außerdem noch sehr viele coole Entscheidungen, die ihr als zoroastristischer Herrscher machen könnt, indem wir jetzt einfach mal hier auf unseren wahren Glauben auf den wahren drücken, dann sehen wir, dass unser Charakter jetzt dem Glauben Masdaismus folgt und wenn wir jetzt hier neu reinsehen, sehen wir, dass wir einen Magier wiederherstellen können, was eben eine Priesterschaft etabliert, die wir für unseren zoroastristischen Glauben brauchen und ganz wichtig, wir können der Zahoutchiant werden, denn der Zahoutchiant gibt extreme Buffs, da gibt es uns Diplomatie, Bildung, Kampfgeschick, Meinung und dieses Zahoutchiant-Nachkommen bekommen immer eine Bildung und auch noch Meinung dazu und wir kriegen die Dynastie Sassanit wieder auferstandene Zahoutchiant, denn unsere Bavanit ist die Dynastie, die den alten Sassaniden noch abstammt und dadurch eben eine riesige Besonderheit hat, weil sie auch historische Bewandtnis hat. Wenn ihr das Ganze habt bekommt oder wenn ihr das Ganze haben wollt, dann müsst ihr das ganze Persische Reich komplett beherrschen. Also da gibt es kein einziges Gebiet, was ihr nicht beherrschen müsst. Das habe ich auch schon auf Stream gemacht, könnt ihr euch auch gerne zwei Kanäle anschauen. Ist auf jeden Fall eine coole Herausforderung, auch einzigartig, weil dieser Charakter eben der einzige, wirklich noch vorhandene Charakter ist, der diesen Glauben hat, also zoroastristischen Glauben hat. Es gibt zwar hier viele zoroastristische Regionen, aber es gibt keinen anderen Herrscher mehr, der diesen Glauben noch hat. Ihr könnt natürlich mit anderen Herrschern euch auch leicht bekehren, das Ganze auch durchführen, aber er hat eben die besondere Bewandtnis, dass er eben von den Sassaniden abstammt, die eben dieses gigantische sassanidische Reich beherrscht haben und dadurch mit dem zoroastristischen Glauben die wahre Herrschaft der Sassaniden wiederherstellen kann. Das Spiel bietet halt unglaublich viel, wenn es um irgendwelche Religionen geht und deswegen ist auch unser letzter Charakter eine besondere Person, die auch eine ganz, ganz besondere Herausforderung gibt. Ähnlich wie dem zoroastristischen Glauben, allerdings habt ihr keinen geheimen Glauben, könnt also nicht einen Zeitpunkt wählen, an dem ihr euch wirklich als zoroastrischer Person oder Herrscher darstellt und deswegen finden wir hier einen der schwersten Starts, den man kriegen kann. Da fangen wir 1066 an und befinden uns religiös ziemlich, ziemlich, ziemlich am Ende, denn wir sind beim guten alten nordischen Glauben, den asatruischen Glauben. Dieser asatruische Glauben ist, wie ihr sehen könnt, so gut wie ausgestorben, also er ist komplett von den Katholiken verdrängt worden, was eben diese riesige Bedrohung hier darstellt. Nur noch diese paar Gebiete, die wir hier sehen können, sind tatsächlich noch asatruisch, aber es gibt nur einen einzigen Herrscher, der überhaupt noch asatruisch ist und das ist der gute alte Tod von Angamantland, sonst gibt es nirgendwo einen asatruischen Herrscher. Dieser Kerl ist tatsächlich alleine, unabhängig, mit 900 Truppen, einem Glauben, der keinerlei, naja, oder sehr wenige Verlöbnisse noch findet. Wenn ihr einmal schaut, ihr findet halt nur noch andere asatruische oder eben samische, also okunuskohische oder videlistische, die ebenfalls so gut wie ausgestorben sind und das war's. Das heißt, ihr könnt zwar Bündnisse noch bekommen, seid aber direkt benachbart mit den ganzen katholischen, feindseligen Glauben, die euch nicht ausrotten wollen und eure einzigen Verbündeten sind halt, wie gesagt, die letzten videlistischen Herrscher oder videlistischen Charaktere, die hier noch da sind und die okunuskohischen. Alles andere ist nicht mit euch verbündet und die werden euch natürlich auch nicht besonders mögen, da ihr eben einen fremden und auch feindseligen Glauben habt. Deswegen seid ihr hier ziemlich auf euch allein gestellt, neben eben dem starken Schweden, was euch jederzeit kaputt schlagen kann und ihr müsst euch hier oben im Norden stark durchsetzen, um eine gewisse Machtbasis wieder herzustellen und den asatruischen Glauben wieder zum neuen Reichtum und vor allem zur Reformation zu treiben. Denn ihr seid natürlich auch noch immer ein Stammesreich, was eben dem Benachbarten von deinem Reich sehr zugutekommt, denn 1066 und noch Stamm sein ist nicht gerade einfach. Das heißt, ihr habt eine doppelte Herausforderung, eine feindselige Religion, die ihr reformieren müsst, wofür die heiligen Städten brauchen. Ihr habt einen Stammesherrscher, der hier ganz alleine unabhängig sitzt und ja, eine Verbündete dringend braucht, denn das ist wirklich eine krasse Herausforderung. Ihr könnt ja dann einfach sagen, ich erober mir Skandinavien oder ich versuche England zu erobern, eben wie die alten Wikinger von damals. Das waren einige der besondersten Charaktere, die man in Crusader Kings 3 spielen kann. Wenn ihr weitere Videos davon sehen wollt, haut es einfach unten in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde dem Algorithmus natürlich helfen und dann weiß ich Bescheid, dass ihr mehr von solchen einzigartigen Standorten und Charakteren sehen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein! Aufgeheimd auf .... Auf muesse Vielen Dank.